Jetzt beginnt es. Wir möchten gerne arbeiten. Wir wollen loslegen. Wir möchten ausmessen. Dazu brauchen wir einen Zollstock. Da möchten wir was anzeichnen. Jetzt hoffen wir, dass das Brett hier gerade ist. Vergessen Sie es, das war alles gestern. Heute haben wir von KWB den LineMaster. Ein perfektes Werkzeug. Der patentierte LineMaster Winkelanschlag lässt sich einstellen von 30 bis 150 Grad. In 15 Grad Schritt. Zu verwenden als Innenwinkel, als Außenwinkel und als Anschlagwinkel mit dem patentierten System. Perfekter geht's nicht. Die LineMaster Feststellzwinge für schnelles, exaktes und präzises, aber auch stufenloses Arretieren. Eines der genialsten und sichersten Erfindungen überhaupt. Die LineMaster Sägeführung. Mit der sicheres Arbeiten sowohl mit der Kreissäge als auch mit der Stichsäge garantiert. Und so funktioniert es. Ansetzen in den LineMaster, dann die Säge einstellen, Größe arretieren und schon wird gesät. Die LineMaster Messerführung. Für sämtliche Trapez- oder Hakenklingen benutzt man den unteren Schaft. Für die Abbruchklinge benutzt man den oberen Schaft. Für sauberes, präzises, aber auch 100% sicheres Arbeiten. Und so funktioniert es. Der Handgriffssatz mit Bohrpunktmarkierer von LineMaster. Wie es geht? Gewohnte Qualität. Natürlich alle 15 Grad einstellbar mit der Winkelfunktion. Und Bilder aufhängen, leicht gemacht. So funktioniert es. Einstellen und schon können wir das Bild aufhängen. So einfach. Ist nur der Turm schief. Mit dem LineMaster Präzisionslineal und den Zubehörteilen haben Sie unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Das ideale System, das in keiner Werkstatt fehlen darf. Alle LineMaster Zubehörteile sind auch einzeln erhältlich. Tja, Qualität hat deinen Namen. KWB. We Love Perfection.